Otto Fritz Hader war ein deutscher Fußballspieler und Aufseher in verschiedenen Konzentrationslagern. Hader schoss den Hamburger SV zu den ersten Meisterschaften. Mit 387 Pflichtspieltoren ist er nach Uwe Seeler der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten beim HSV. Er war Mannschaftskapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. 1947 wurde er als Kriegsverbrecher verurteilt. Leben Otto Hader begann seine fußballerische Karriere im Alter von 16 Jahren bei Hohensollern Braunschweig. Zuvor hatte er sich, wie auch Adolf Jäger vom Altoner FC von 1893 eher zur Leichtathletik hingezogen gefühlt. Bereits nach einem Jahr wechselte Hader zu Eintracht Braunschweig. 1911 kam Hader anlässlich des Gastspiels der englischen Profimannschaft Tottenham Hotspur zu dem Spitznamen Tull. Wie der Engländer Walter Daniel Tull hieß, ein dem 1,90 Meter großen Hader in der Statur ähnlicher Schwarzer. Im Frühjahr 1912 wechselte Tull Hader erstmals zum Hamburger FC 1888 aus dem 1919 der Hamburger SV hervorgehen sollte. Fans der Eintracht wollten Hader gewaltsam an der Fahrt nach Hamburg hindern. Dieser jedoch hatte Wind von der Aktion bekommen und stieg in Peine in den Zug. Schließlich spielte Hader doch noch ein weiteres Jahr in Braunschweig und ging erst danach zum HFC 1888. Otto Hader leistete Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg und erhielt das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse. Ein Fußballteam-Foto aus dem Jahr 1917 zeigt ihn als Gastspieler des Stettiner SC. Nach der Gründung des Hamburger SV gehörte Hader zu jenen Spielern, die am Endspiel zur Meisterschaft 1922 teilnahmen. 1923 wurde Hader zum ersten Mal offiziell deutscher Meister mit dem Hamburger SV, 1928 mit 36 Jahren. Gewann er seinen zweiten Meistertitel und stellte dabei einen Rekord auf, als er in der Alster-Staffel im Treffen mit dem Wandsbeker FC zwölf Tore erzielte. Trotzdem nahm Reichstrainer Otto Neerzader nicht mit zu den Olympischen Spielen, die damals noch den Status einer Weltmeisterschaft hatten. Insgesamt kam Hader von 1914 bis 1926 auf 15 Länderspiele, in denen er 14 Treffer erzielte. In seinen letzten fünf Länderspielen war er Kapitän der Nationalmannschaft und schoss insgesamt zehn Tore. 1929 gewann der Hamburger SV ein Duell mit dem Zirka Penaroll mit 4 zu 2. Hader schoss alle vier Treffer. Im Januar 1931 wechselte Hader zum SC Victoria Hamburg, um zwei Jahre später, mit 41 Jahren, angeblich noch ein kurzes Gastspiel beim VfB Kiel zu geben und dann endgültig seine Karriere zu beenden. Haders fußballerische Stärke waren seine berühmten Alleingänge. Wenn spielt der Hader Tull, dann heißt es 3 zu 0, sang man in den Hamburger Kabaretts ein Lied, das es auch auf Schallplatte gab. Seine Karriere war 1927 Anlass für den Stummfilm »Der König der Mittelstürmer« mit Paul Richter als Tullhapper und AUD-Lege Dennissen in den Hauptrollen. Der ehemalige Hauptschriftleiter des Kicker, Fried Ebert Becker, charakterisierte Haders Stil wie folgt. Gerade heute im Zeitalter des WM-Systems weiß man, dass es mit Laufen und Schießen nicht mehr ganz getan ist. Hader war ein Techniker erster Klasse, aber sein Stil brauchte die Technik, die sich namentlich im ungeheuersicheren Ball führen. Klarem Schießen und Köpfen auswirkte, nicht zum Schnörkeln. Sie war ihm zur Voraussetzung seiner ureigensten Art mit einer beispiellosen Sicherheit und Kraft, mit einem selten gesehenen explosiven Start auf dem kürzesten Weg auf das Tor zuzusteuern, gegeben. Tullhapper zerbrach sich nicht den Kopf, wie man eine Aktion anlegen konnte, sondern er handelte sofort. Hader wurde 1932 Mitglied der NSDAP und trat 1933 in die SS ein. Nach seiner Einberufung zur Waffen-SS wurde er ab Ende August 1939 Wachmann im KZ Sachsenhausen in Oranienburg. Von November 1939 bis zum Frühjahr 1940 war er zunächst bei der Wachmannschaft und ab April 1940 in der Lagerverwaltung des KZ Neuengammel in Hamburg. Seit August 1944 war Hader als SS-Hauptscharführer Kommandant des KZ Hannover Allem. Am 30. Januar 1945 erfolgte noch seine Beförderung zum SS-Untersturmführer. Ein britisches Militärgericht verurteilte ihn im Rahmen der Curio-Hausprozesse am 16. Mai 1947 als Kriegsverbrecher zu 15 Jahren Zuchthaus, die später auf zehn Jahre Haft reduziert wurden. Während der Verhandlung distanzierte er sich nicht vom Nationalsozialismus und bekannte sich nicht schuldig. Der Hamburger SV schloss sein Mitglied vorübergehend aus. Bereits Weihnachten 1951 wurde Hader vorzeitig aus dem Zuchthaus Well in Westfalen entlassen. Bei seiner Rückkehr wurde Hader vom HSV und seinen Anhängern frenetisch gefeiert. Otto Hader starb am 4. März 1956 im Alter von 63 Jahren. Am Begräbnis nahmen zahlreiche Vereinsvertreter des Hamburger SV teil und Jugendspieler des Vereins bildeten eine Ehrenwache. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 gab der Hamburger Senat eine Broschüre heraus. In der Tullhader neben Uwe Seeler und Jo Posipal als Vorbild für die Jugend genannt wurde. Dies fiel erst einen Tag vor der Verteilung auf. Daher ließ man die entsprechende Seite aus allen 100.000 Exemplaren der Auflage entfernen. MANنا Brasilien Man genocide Man夜 Vir qualidade Verteilung Für NOT Wellen 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 Verteilung Wellen Ent Zelda